Helfen heisst, wahrnehmen, verstehen und erst dann Richtig handeln Darum, buchen Sie noch heute einen Kurstermin bei uns in Olten Wiki und Ambühl AG Betriebssanität Für den korrekten Umgang in einem medizinischen Notfall Rufen Sie uns an 041 710 71 50 Wiki und Ambühl AG, Schulungsstandort an zentraler Lage in Olten Kompetenz, Engagement, Qualität Für Ihre Ausbildung zur Betriebssanitäterin und zum Betriebssanitäter Ganz herzlich willkommen zum Abschlusskurs in der Betriebssanitätsausbildung DSK 2 Die Ausbildung erfolgt nach den Vorgaben von RESCUE Der Zertifizierungsstelle für Laienausbildung im Rettungswesen Unsere Reanimationskurse tragen das Gütesiegel vom SRC Durch unsere qualifizierten und anerkannten Fachlehrkräfte mit grossen Erfahrungswerten und praktischen Bezügen können Sie sich bei uns das notwendige Fachwissen und die praktische Handlungskompetenz aneignen Wahrnehmen, Verstehen, Handeln Nicht ausschließlich theoretisches Wissen Unsere Ausbildungen sind zusätzlich von einer großen praktischen Erfahrung geprägt Der Betriebssanitätsvorkurs BSVK schafft Verständnis für notfallmedizinische Abläufe Mit praktischen Übungsmöglichkeiten erlangen Sie die Fähigkeiten zum Handeln Verstehen und Handeln werden vereint Aus der Praxis für die Praxis Unsere Schulungen zeichnen sich durch ihre Methodenvielfalt aus und werden mit Spaß vermittelt Sie können selbst mit unserem vielfältigen Material das Erlernte ausprobieren und anwenden Lernen soll Freude machen Beim gemütlichen Beisammensein vor oder nach den Schulungen kann man sich untereinander austauschen und kennenlernen Lassen Sie sich durch unsere Medienunterlagen und Bücher inspirieren Detaillierte Informationen über unser Kurs und Ausbildungsprogramm finden Sie auf unserer Homepage www.wiki-ambyl.ch Natürlich stehen wir für Fragen gerne zur Verfügung Uns ist wichtig, dass die Kursteilnehmenden in der Betriebssanitätsausbildung von den praktischen Erfahrungen von den Dozentinnen und Dozenten profitieren können Die Dozentinnen und Dozenten bilden sich regelmässig weiter im Erwachsenenbildnerischen, natürlich aber auch im fachlichen Bereich und somit können die Teilnehmenden jederzeit von diesen Erfahrungen notieren Das ist uns enorm wichtig, aus der Praxis, für die Praxis Wiki und Ambül AG Fundiertes Wissen, situationsbezogene Beratung, effiziente Schulung Nehmen Sie unverbindlich Kontakt auf mit einer der führenden Ausbildungsstätten in der Betriebssanitätsausbildung